Ja, Mr. White! Aha! So! Dann, würde ich halt, gib mir mal ein paar von diesen Half Slabs und ein bisschen von dem anderen Holz und von dem... Und noch von den... Ja, genau. Perfekt. Na gut, dann bau du mal. So. Gut. Jetzt hab ich kein Holz mehr. Ja. Ja. Da hab ich ja noch was. Erde? Toll Eichenholz. Braucht ihr Eichenholz? Ja. Wir können tauschen. Eichenholz gegen Tropenholz. Wir haben kein Tropenholz. Glaub ich. Wie hab ich das jetzt hier gemacht? So, so. Ich hab noch 39. Gibt's da runter? Aber der hier ist falsch. Ah, ne. Ah, ne. Ne. Da muss ich noch raus. Ich baue mein Haus. Ja. Ja. Echt? Du baust dein Haus hier? Ich baue mein Haus hier. Ja. 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 Ich hab noch falsch gebaut. So. Also hier dann. So. Ohhhh. Nein. Ich muss Holz formen. Boah scheiß Tür. Scheiß Tür. Boah. Ja. Hast du welche von den, von den, ähm, Steinziegel Slabs? Ja, hab ich. Wenn ich da ein paar habe. Warte, komm her. Wie viele? 16? Äh, wo bist du denn da? 16? Ja, 16. 16 müssen wir. Ähm. Da brauchen wir nämlich auch noch ein paar. Ich hab nicht mehr so viele. Hast du vielleicht noch Stufen? Habe ich... Zwei. Ja, genau. Das würde reichen. Die liegen da auch unten. Holz formen gehen. Oh, jetzt schreibt Elias. Ähm, warte. Ähm. Ich schreib kurz mit Elias. Ja, aber wir haben... ...hatten... ...Bug... ...com... ...ts. Wir... ...nehmen... ...schon... ...auf. So. Hey. Jetzt kommt er schon gleich. Hey, warum nehmt ihr auf ohne mich? Uh. Uh. Ich bin Elias. Ich muss mich jetzt aufregeln. Oh, da ist der Flieger. Hey. Hey. Der hier ist unnötig, findest du nicht? Der äußere hier. Der da. Ja. Ich weiß halt nicht, wie du es von innen haben willst. Achso. Ja, egal. Wir bauen ja erstmal ab. Wenn wir es dann noch ändern wollen, dann... ...sieht da so auch ganz gut aus von innen. Wo sind die Treppen? Die liegen da hinten. Ja. Oha, schreibt er. Das war nicht mehr so aufregend, ne? Ne, ich denke... ...komme. Ich mein, ihr habt gestern auch ohne mich aufgeregt. Ja, ja, das stimmt allerdings. Aber nicht so. Wir haben... Ne, vorgestern war es. Ich war doch gestern, wo wir aufgenommen haben. Ah ja, stimmt, das war gestern. Ich bin verwirrt. Ja, wir haben gestern aufgenommen und in 10 Minuten oder so kommt er. Ähm, okay. Guck mal so viel an und dann geht's da halt weiter. Und dann geht's da halt weiter. Und dann geht's da halt weiter, okay. Dann geht's da ganz normal weiter. Oh, die halten ja genau. Hey. Gib dir mal deine Sachen zumal. Das wird richtig fett das Haus. Wird dann so sagen, wir machen wie beim weißen Haus oben halt noch so eine Kugel drauf. Ja. Aus irgendwas. Alter, das sieht richtig fett. Oder lassen in der Mitte so einen fetten, machen so einen Baum rein, der dann oben so rausschaut. Nein, ein Baum, dann ist das nicht so. Ich glaube... Hm. Okay, dann nicht. Dann nicht, dann nicht. Okay. Gut. Dann hätten wir... Das jetzt so. Dann muss ich das jetzt auf der anderen Seite auch noch bauen. Okay. Das wird jetzt eine Herausforderung, das genau so zu bauen. Boah. Das ist so heiß. Das ist echt heiß, ey. Ich glaube, ich brauche einen Ventilator. Ich glaube, ich brauche einen Ventilator. Ich brauche einen Ventilator. Aber das ist dann auch so heiß, äh, so laut. So laut. Kann ich ja nicht aufnehmen. Naja, mal schauen. Vielleicht finde ich ja einen leisen. Ach. Ähm. Warte mal. Ich muss noch mal gucken. Wie ist das jetzt hier? Das ist hier jetzt so, dass das auf der gleichen Höhe ist wie das. Okay. Also, hier. LOL. Okay, ich habe jetzt mal genug. So. Dann die hier so. Und da außen. So. Okay. 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 Und hier dann wieder. So. 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 K okay weil es wird entfällt oh ja um ja auch ja bei uns 40 mein er schon am Computer er steht vom Computer gesendet er hat keine Lust mehr hat keine Zeit jetzt irgendwie die ganzen Skelette drücken die ganze Zeit bilden ich kann euch schon mal bei dir so was wird gerade so machst da ne 1 und eben 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 0 sie ist ein Haus oh cool ist so groß wir müssen dann irgendwie die Kühe holen die wir da hatten im Dschungel ich glaub die leben noch oh ja ich hab hier Stacks zu normalen Schausch bekommen boah cool Giano da ist der Eliasch da ist der Eliasch da ist der Eliasch oh Giano ist die wir sind im Fall zum Schellenlönen das ist egal Giano es kommt doch keiner auf unseren TS ja weil keiner egal Giano ja ich glaub auch Giano wie kommt man hier hoch Giano kommt man da außen hoch nach oben in das obere Stockwerk ja mit dem Koppelsturm oh das ist schon ne coole Treppe bleibt die Giano ja die ist provisorisch die ist provisorisch provisorisch ja provisorisch Giano das Bier tut dir gut das Bier tut dir gut du sagst du sagst du sagst du sagst du sagst Wörter die du sonst nie sagen würdest es kommt eh eine Treppe von innen rein nach oben Giano hat ein Bier getrunken nachher ist der Summe soft und dann hat Giano ein Bier getrunken genau Giano trinkt noch fünf oder so und dann dann kann er so die deutsche Geschichte und alles genau dann erzählt er so übel viel Zeug genau so wie wie Psy der ja auch nur wenn er besoffen ist tut er ja seine Tanzmoves da ja so sieht's auch aus und das findet ihr dann jeder so geil